Ja liebe Udo Freude, ich bin nun an unserer 2,40er Mischung am Schwaden, am Schwadenlegel. Es wird sehr sehr gut, selbstverständlich dieses Futter ist eigentlich nicht klar, dass das so gut geht. Ich bin lang und deshalb sehr gut geeignet zum Schwaden. Oder auch wieder in diesen Wo ist es wirklich gut Produkt so gut geht? Wo habt ihr Bruno bekommen? Futter Stießen Futter Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020